Heute erzähle ich euch die Ziggy-Kid-Geschichte vom kleinen Dinosaurier Mats. Das ist Mats. Mats ist ein Dinosaurier. Hm, vielleicht möchtest du wissen, was für ein Dinosaurier er genau ist. Das ist eine gute Frage. Denn Mats weiß selber nicht, was für ein Dino er genau ist. Mats ist nämlich eine Mischung aus mehreren Dinoarten. Die Mama von Mats ist ein Brachiosaurus. Von ihr hat er das freundliche Lächeln und seinen knuffigen Bauch geerbt. Der Papa von Mats ist ein Velociraptor. Von ihm hat er die grüne Farbe geerbt. Und die Oma von Mats ist ein Triceratops. Von ihr hat er seinen orangen Schwanz und seine orangenen Fußsohlen geerbt. Und der Opa von Mats ist ein Tyrannosaurus Rex. Von ihm hat er die spitzen Zähne geerbt. Die kann er gut gebrauchen, wenn er in Tannenzapfen hineinbeißt. Tannenzapfen sind nämlich Mats Lieblingsspeise. Du siehst, Mats hat ein bisschen was von allen. Das ist eigentlich toll. Und es macht Mats zu einem ganz besonderen Dino. Aber Mats stört sich daran. Er würde gerne genauer wissen, was für ein Dino er ist. Deshalb fragt er seine Eltern. Mama, was für ein Dinosaurier bin ich? Die Mama von Mats antwortet freundlich. Du bist ein bisschen was von allen. Mats fragt. Und wie nennt man einen Dino, der ein bisschen was von allen ist? Mats' Mama muss überlegen. Dann schlägt sie vor. Du bist ein Mischmasch-Dino. Mats schüttelt enttäuscht den Kopf. Nein, Mischmasch-Dino klingt doof. Ich will kein Mischmasch-Dino sein. Gibt es für die Dinosaurierart, die ich bin, keinen besseren Namen? Jetzt überlegt auch Papa. Und nach einer Weile hat er einen tollen Vorschlag. Mats, du bist ein bisschen Brachiosaurus, ein bisschen Velociraptor, ein bisschen Triceratops und Tyrannosaurus Rex. Das heißt, du bist ein Brachioraptor-Driceratops. Oh, merkst du was? Der Papa von Mats hat sich aus den verschiedenen Dinoarten einen eigenen Namen ausgedacht. Hä? Brachy-Wie? fragt Mats. Brachioraptor-Driceratops, wiederholt Mats' Papa. Das ist gar nicht leicht auszusprechen. Nach ein paar Mal üben, gelingt es Mats aber, Brachioraptor-Driceratops zu sagen. Mats' Papa nickt stolz. Genau. Hm, sagt Mats. Er fragt sich, ob sich seine Dino-Freunde so einen komplizierten Namen überhaupt merken können. Das will er gleich ausprobieren. Mats läuft zur Wiese, wo die kleinen Dinos immer spielen. Dort sind seine Freunde Bertha und Bernd, zwei kleine Brachiosaurus-Kinder. Aber sie spielen nicht, sie streiten. Das ist mein Blatt, ruft Bernd. Nein, meins, ruft Bertha. Beide ziehen an einem großen, besonders leckeren, grünen Blatt. Was habt ihr denn? fragt Mats. Bernd erklärt, Ich habe ein tolles Blatt gefunden und Bertha will es mir abnehmen. Nein, das ist mein Blatt, ruft Bertha. Ich habe das Blatt zuerst gesehen. Es gehört mir. Oha. Die beiden Freunde sind ganz schön sauer aufeinander. Was kann man da tun? Mats überlegt und schaut sich um. Da fällt sein Blick auf einen Baum, an dem ein besonders großes und leckeres, grünes Blatt hängt. Es sieht fast genauso aus. Schaut mal, da drüben, ruft er. Sofort rennen Bernd und Bertha los und pflücken es mit Hilfe ihrer langen Hälse ab. Danke, sagt Bernd lächelnd. Jetzt kann jeder von uns ein eigenes Blatt haben. Während Bernd und Bertha ihre Blätter mampfen, erzählt Mats ihnen, was für ein Dinoart er ist. Ich bin ein Brachioraptor, Triceratrix, ruft er. Ein was? fragt Bernd mit vollem Mund und ein paar Blattkrümel fallen aus seinem Maul. Mats wiederholt. Ein Brachioraptor, Triceratrix. Oh, sagt Bertha. Ich glaube, das kann ich mir nicht merken. Wie schade. Jetzt hat Mats endlich einen Namen für seine Dinoart und seine Freunde können ihn sich nicht merken. Aber vielleicht können andere Dinos ihn sich merken. Mats läuft weiter und kommt zum Fuß des Vulkans. Hier spielen immer die Stegosaurus-Kinder. Doch heute spielen sie nicht. Sie streiten. Du bist gemein, ruft der Stegosaurus-Junge Stefan wütend. Und du bist noch gemeiner, ruft das Stegosaurus-Mädchen Steffi noch wütender zurück. Was ist denn los bei euch? fragt Mats. Stefan erklärt es. Steffi lässt mich nicht auf meinen Lieblingsfelsen klettern. Ich will da aber drauf. Und Steffi erklärt. Ich bin jetzt aber hier. Und das ist auch mein Lieblingsfelsen. Er ist für alle da. Oha. Die beiden Stegosaurus-Kinder sind ganz schön wütend aufeinander. Ihre Platten am Rücken stehen ganz aufrecht. Und das tun sie nur, wenn Stegosauriere sich ganz doll aufregen. Mats überlegt. Wie könnte er ihnen helfen? Er hat eine Idee. Stefan, wenn du zu einem Felsen kommst, auf dem schon jemand steht, dann kannst du sagen, darf ich auf den Felsen, wenn du fertig bist? Und dann wartest du einfach ab, bis Steffi fertig ist mit dem Klettern. Und danach bist du dran. Ach so, sagt Stefan. Und dann sagt er zu Steffi, darf ich bitte auf den Felsen, wenn du fertig bist? Na klar, gerne, sagt Steffi und lacht. Wenig später klettert sie von ihrem Lieblingsfelsen herunter und lässt Stefan drauf. So schnell hat sich der Streit gelegt. Steffi, Stefan, ich muss euch noch was sagen. Ich bin ein Brachioraptor Triceratrix, ruft jetzt Mats seinen Freunden zu. Hä, ein Brachivea, fragt Stefan. Und Steffi seufzt. Der Name ist mir viel zu schwer. Wie schade. Auch die Stegosauriere können den Namen nicht aussprechen. Was könnte Mats jetzt tun? Der kleine Dino Mats hat eine Idee. Er geht zu den klugen Velociraptoren. Die können seinen Namen bestimmt aussprechen. Mats läuft also zum See, denn dort halten sich die Velociraptoren gerne auf. Hier am See baden die Velociraptor-Kinder immer sehr gerne im flachen Wasser. Aber heute scheinen sie nicht sehr gerne zu baden. Vera, das Velociraptor-Mädchen steht nämlich am Strand und weint. Was ist passiert? fragt Mats liebevoll. Vera schluchzt. Der Werner hat mich ins Wasser geschubst. Und dann zeigt sie auf den Velociraptor-Jungen Werner. Und Werner schaut ganz ernst und ruft. Aber nur, weil Vera mich nass gespritzt hat. Oha, die Velociraptor-Kinder sind ganz schön sauer aufeinander. Wie könnte Mats ihnen helfen? Mats überlegt. Und dann fragt er. Vera, warum hast du denn den Werner nass gespritzt? Vera schluchzt. Das wollte ich doch gar nicht. Das war doch ein Versehen. Mats versteht. Dann erklärt er. Vera, wenn du Werner aus Versehen nass gespritzt hast, solltest du dich einfach entschuldigen. Und Werner, du darfst niemanden ins Wasser schubsen. Auch dann nicht, wenn du verärgert bist. Du würdest es ja auch nicht mögen, wenn man dich ins Wasser schubst. Oh, sagen Vera und Werner. Und dann dreht sich Vera zu Werner und sagt Entschuldigung. Und Werner sagt zu Vera auch Entschuldigung. Und dann lachen sie und umarmen sich und sind wieder Freunde. Gemeinsam rennen sie ins Wasser, um dort zu spielen. Hey Freunde, ruft Mats ihnen zu. Stellt euch vor, ich bin ein Brachioraptor Triceratrix. Vera schaut verwundert auf. Hä, was für ein Brachidingsbums bist du? Und Werner runzelt mit seinen Augenbrauen. Das kann ich gar nicht aussprechen, Mats. Oh nein, jetzt hat Mats endlich herausgefunden, welche Dino-Art er ist und niemand seiner Freunde kann es aussprechen. Wie traurig ist das denn? Mit gesenktem Kopf geht Mats nach Hause. Traurig denkt Mats nach, was er jetzt tun könnte. Vielleicht muss ich mich dann doch Mischmasch Dino nennen. Aber ich finde den Namen so doof. Je mehr Mats über alles nachdenkt, desto trauriger wird er. Armer Mats, wie kann man ihm helfen? Wir sind gespannt. Am Abend gibt es ein großes Lagerfeuer für alle Dino-Kinder. Das findet jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen statt, unten am Vulkan. Dort setzen sich die Dino-Kinder dann zusammen um ein großes Lagerfeuer, erzählen von ihren Abenteuern, die sie erlebt haben und essen gemeinsam Dino-Stockbrot, bevor sie schlafen gehen. Auch dieses Mal sitzen sie gemeinsam um das Lagerfeuer herum und erzählen sich gegenseitig von ihren Erlebnissen. Und heute, da haben sie sich besonders viel zu erzählen. Wir haben ein besonders großes grünes Blatt gefunden und uns gestritten und Mats hat uns geholfen, das Problem zu lösen, erzählen Bernd und Bertha aufgeregt. Und wir haben uns an unserem Lieblingsfelsen gestritten, erzählen Stefan und Steffi. Und Mats hat uns gezeigt, wie wir uns nicht mehr streiten. Und bei uns war das genauso, erzählen Vera und Werner. Wir haben uns gegenseitig am See geärgert, dass Mats kam und uns half, uns wieder zu vertragen. Das hast du so gut gemacht, Mats, rufen alle Dino-Kinder zusammen. Aber Moment, wo ist Mats denn überhaupt? Mats sitzt gar nicht am Lagerfeuer. Mats sitzt weit hinten, im Schatten, dort, wo niemand ihn sehen kann. Der kleine Dino ist so traurig. dass er nicht einmal Hunger auf Dino-Stockbrot hat. Was hast du denn? fragen die Dino-Kinder, als sie ihn endlich gefunden haben. Ach, ich möchte so gerne ein richtiger Dino sein, mit einem tollen Namen, aber Brachioraptor Triceratrix kann sich ja keiner merken. Und Mischmasch-Dino, das klingt doof. Als die Dino-Kinder das hören, fangen sie an fröhlich zu lachen. Warum lacht ihr denn? fragt Mats verwundert. Und die Dino-Kinder verraten es ihm. Na, weil wir doch alle schon längst wissen, welche Dino-Art du bist. Wirklich? fragt Mats hoffnungsvoll. Ja, rufen die Dino-Kinder begeistert. Und du hast es uns auch heute wieder gezeigt, welcher Dino du bist. Was für eine Dino-Art bin ich denn? fragt Mats gespannt. Und die Dino-Kinder antworten, na, du bist ein Friedens-Dino. Überall, wo es Streit gab, hast du Frieden gebracht. So etwas können nur echte Friedens-Dinos. Ein Friedens-Dino? überlegt Mats. Der Name klingt aber schön. Er ist auch gar nicht kompliziert auszusprechen. Und er ist auch gar nicht doof. Er klingt richtig toll. Da fangen Mats Augen an zu strahlen. Und er macht ganz viele Freudensprünge und ruft dabei. Hurra, ich bin ein echter Friedens-Dino. Mats dann feiern die Dino-Kinder noch lange mit Mats am Lagerfeuer. Bis die Sterne ganz oben am Himmel stehen und ihnen allen vor Müdigkeit die Ohr klein zu fallen. Säcki Kids Was klar ist vor Kids?